Guten Morgen! Aber weißt du was? Ich habe mich heute morgen wieder wirklich daran geärgert. Wieso? Vor diesem Eingang waren ja die steilelose, ne? Ja. Das hat jetzt gestern ein Typ gemacht. Ja. Und heute darf man da nicht durchgehen, obwohl es nur auf einer Seite vom Tor ist. Das sind ja zwei. Hä? Das sind zwei Türen. Ja. Das ist aber nur vor einer Seite. Ja. Die andere Seite darf ich dann auch nicht benutzen. Nein, man muss durch diesen großen Mülleingang durchgehen. Ja. Aber, da kommst du gar nicht durch mit den Kinderwagen. Ja. Da haben die doch früher diese Holzplanung gemacht. Ja, ja. Das ist ein schmaler Durchgang. Ich musste den da rüberheben. Und da meinte ich mir, gestern hat Bianca schon eine Frau geholfen, den Wagen rüber zu tragen. Wieso? Weil man nicht durchkommt mit dem Wagen. Warum? Ja. Weil das alles zugebaut ist. Und man hat so, wir haben praktisch diese Plattformen, wo die Kinder wegen stehen. Ja, das weiß ich ja. Du musst jetzt praktisch durch dieses Gartentor, wo die Müller sind. Aber warum? Warum muss man da durch? Weil vorne abgeschlossen ist wegen der Steine. Keine Ahnung, was die denn gemacht haben. Was ist denn mit den Steinen? Keine Ahnung. Hast du mit dem Sekundenkleber festgeklebt oder so? Ich weiß es nicht. Ja, dann würde der halten in Sekunden. Versteht nicht. Ich musste den da rüber schleppen mit dem Wagen. Hättest du ja auch beim Müll stehen lassen können. Ja, genau. Lass nur einfach beim Müll stehen. Ist doch völlig egal. Da muss die ihn vorne anschließen. Äh? Ey, die sind so blöd. Also ich bin mit dem Ursaal auf die... Guten Morgen! Im Laden. Nur kurz. Drittlicht an. Den machen wir nicht. Den machen wir nicht mal. Jo, ich pack aus, wie immer. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was so passiert. Auch wie immer. Und ich gucke mir mal den Katalog an, den ich mir mitgebracht habe. Hier so. Arbeitsbekleidung. Brauche ich ja noch. Ich hab ein paar Baum... Baumfällgeschichten hab ich ja im Grunde genommen. Hab ich ja nicht. Muss ich noch ein bisschen Geld verdienen und dann kann ich mir auch so eine Hose leisten. Spaltkeile. Forstkeile. Kunststoffkeile. Ochsenkopf. Bei Gedore. 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 Gut, hier muss ich mir Ruhe angucken. Das ist ja ein sehr schöner Katalog. Ein sehr umfangreicher. Guck mal. Ich bin gespannt. Ein bisschen auch was Neues. Jetzt ist ja auch was Schönes und so. Und man lernt ja, wie gesagt, nie aus. Ein Oktoberweg füllt sie und das wird Zeit für was Neues. Vielleicht auch. Heißt nicht, dass man das alte komplett hinter sich lässt. Also da muss ich auch keine Angst haben. Irgendwas Fahrräder gibt's nicht mehr. Doch Fahrräder gibt's. Immer. Und wir gucken mal, wie wir das alle miteinander in Einklang bringen können. Ich schau jetzt noch mal kurz in den Himmel, ob ich ein paar Sachen rausbringen kann. Das allerbeste an der ganzen Aktion ist, dass ihr auch dort dabei seid. Also wie gesagt, ich hab die Kamera dabei und wir schauen einfach mal. Das ist ja im Grunde genommen, ist das ja eh nur mein Leben wieder hier. Alles, was hier passiert. Und klar, vielleicht ist das für die Leute, die absolut nur mit Fahrrädern zu tun haben, ist das vielleicht dann am Ende auch nicht mehr interessant oder so. Wenn ich dann auch immer vier Monate lang im Garten stehe und irgendwelche Sachen mache oder Holz verarbeite. Andererseits mache ich im Winter ja eh nicht, eh nicht mit Fahrrädern großartig, sondern eh mit Antiquitäten habe ich ein bisschen zu tun. Kümmer mich da ein bisschen mehr um und so. Und ja, und jetzt so, jetzt mach ich halt das. Also finde ich auch nicht schlecht. Guck mal. Ob es interessant bleibt für euch. Also würde mich freuen, wenn ihr das natürlich auch weiterverfolgt, weil im Grunde genommen, ja, ist das mein Leben. Fertig. So, ich habe gerade die Parklücken ein bisschen gefegt. Die sind gerade frei hier. Die sind gerade frei. Okay. Die sind gerade frei. Ja, das muss man ja. Ich war eben acht vom Holzklotzen, das kostet so ein Zeug. Ich war zehn Jahre alt, in der Schule. In der Schule festgenommen, ja, das ist zehn Jahre. Nicht ohne grünen Pfeil. Ist ja so, du hast ja recht. Die Politiker ist ja so, die Grünen wollen das machen. Die Grünen wollen grünen Pfeil. Ja, das ist klar. Jetzt kommt die CDU, die will wieder die grünen Pfeil wegmachen. Die grünen schwarzen Pfeil. Die will wieder was anderes machen. Die ernsten Parteien, die streiten sich da mit jeder Scheiße. Das ist doch so. Die sind sich doch sowieso nicht einig, Wolfgang. Was wollte ich denn jetzt machen? Fahrradteig geschenkt bekommen. Hier, Wolfgang, guck mal. Ja, hier, guck, Fahrradteig geschenkt bekommen. Was ist denn das? Das ist in Westfalen? Nee, oder was? Nee, West... Weller... Wellerdeig? Nee, was ist das? Ein geschenkt bekommen. Uralt. Das war das. Schau mal, was? Da hat doch die Filme funktioniert. Oh, hier hat aber ein Klang. Ja, die ist ein Klang. Die ist nicht gestimmt, du. Äh, äh, Wellerdeig. Du hast Fahrrad. Nee, das glaube ich nicht. Auf jeden Fall, da kannst du nicht lange mitfahren. Wieso? Wie kommst du da auf? Ey, ich wetter mit dir. Das Ding pumpe ich auf. Und das fährt. Ich wetter mit dir. Bremse funktioniert. Das ist doch ein alter Monstrum. Das ist nach klar hoch. Das ist die richtige Berlin-Gurke. Hier, der Sandel ist auch richtig schön. Wir hatten dir das geschenkt. Ja, hat geschenkt bekommen heute. Von einer langjährigen Kundin. Die geht jetzt ins Ausland. Äh, äh. Kenn ich die auch? Doch, ins Ausland geht sie. Hat geschenkt bekommen heute. Das ist so schön. Das ist die richtige Berlin-Gurke. So richtig schön. Das ist ein altes Ding. Das ist gute Qualität. Die Bremse hoch hier. Ja, sehr gut. Die alten Bremsen. Das ist nach Vorschrift. Ja. Das ist nach VOB. Eigentlich hat er da dran als Geld. Da fehlt Luft in den Reifen und bewahrt. Und Licht. Wenn du fahren willst. Licht? Ah, wird überbewertet. Mensch, na sag mal. Der grüne Pfeil ist nicht mehr da. Dann können wir gerade durchfahren. Dann können wir auch ohne Licht fahren. Dann können wir mehr von abschießen noch ein paar. Ich wette, wenn es hier jetzt funktioniert. Ich pump auf und das läuft. Und ich setz mal drauf und das fährt. Ich könnte wetten. Gute Qualität. Ja. Bis später. Läufer, wollen wir auf? Nein, machen wir mal. Wollen wir mal aufpumpen? Ich pump mal auf. Ich pump mal auf. Hat jetzt fünf Jahre gestanden. Fünf Jahre. Fünf Jahre im Berliner Hinterhof. Fünf Jahre. Na, gucken wir mal. Mir rutscht die Hose hoch. Mir rutscht die Hose hoch. Aber nicht verschrägt, sondern weil ich einfach so dick bin und der Bauch die runterdrückt. Na ja. Ist ja furchtbar. Ist ja wieder Belebung nach. Das ist ja lustig. Ja, keine Ahnung. Ich hab grad festgehalten. Ja. 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 Ach naja. Das ist ja nicht zum Klauen. Nein, nein. Wo ist denn die Bremse hier auch normaler Kratzen, die Bremse auch dick aus. Kannst du einfach rumbiegen. Also rumbiegen. So wieder Belebung nach fünf Jahren. Beldiner Hinterhof. Abgeschlossen. Ich würde mal sagen, das war halt. Wird die Bremse noch gerichtet hier professionell so. So. So Wolfgang. Willst du fahren? Nee. Nee. Also komm nicht weiter. Oh, Dynamo ist ja an. Ja. Oh, da ist die Lampe. Da ist auch eine Lampe drin. Ja, aber das war nicht schält. Hier, musst du filmen. Wie geht denn das? Einfach nur festhalten. So, ich fahre. Einfach nur fest. Jetzt fang ich gleich los. Ich muss ja mal die Bremse noch zurechtbiegen. Jetzt versuch. Fünf Jahre Hinterhof. Fünf Jahre Hinterhof. Aber ich schwirr. Volt. Ein Wellendieck. Ein echter Wellendieck. Reicht? Mehr brauchst du nicht. Mehr brauchst du nicht. Zack, fertig. Der Sattel muss noch festgeschraubt werden, die Klingel ist einmalig. Für mich müsste er höher, ja. Das schützt nicht, naja, da kann man ein bisschen Rost absen mit den Müll und Heilern. Nee, 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 nee. Das bleibt alles so. Genau so muss ein Rad aussehen. Genau so. Das soll ja keiner klauen, Volker. Nee, 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 nee. Dann biete ich das an hier für 150. Ah, hinten der Schlauch ist kaputt. Guck. Er verliert schon wieder Luft. Hinten den Schlauch muss ich machen. Ah, da muss ich doch was drin stecken. Der Schlauch hinten muss ich machen. Biete ich an für 150. Ich biete das an für 150, ja. Ja, ja, das ist unter Garantie, das lautet keiner. Ja, aber du, du sagst, du bist 150, genau 50. Da kauft ja keiner, das weiß ich ja, aber das ist mir egal. Ja, ja, ja. Mischplastigriffe, wunderbar. Die guten Mischplaste. Moin. 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 50 Cent kriegt noch von dir. 30. Ja. Ja, ja, ist gut. Ich weiß nicht, ob du noch was da hast. Ja, ich hab ne ganze Menge da, aber so sieht's aus. Bist du voll da draufzustellen? Bis dann. Das hat doch nicht geguckt mit dir, oder? Jo, jo. Und schön, schön. Wenn man gerade sagen wollte, wir erinnern, dass es gibt ja Leute, dass jeder noch sammelt. Ja, na ja, für einen Sammler ist das natürlich jetzt hier. Aber gut, der stellt sich den Keller voll. In dem Zustand, da musst du schon wirklich was dran machen. Ja. Aber das kann man schön machen, weil das hat schöne Muffen hier. Wenn man das hier sieht, schaut mal, wie schön das verarbeitet ist. Mit dem Muffen und ausgelassen und mit lackiert ist. Hast du in der Luftpumpe? Du kannst das hier in die Luftpumpe reinstecken. Ehe mal hier, der mal da ist. Hab ich, hab ich auch noch da. Ja, ja, ja. Ich hab mich. Ah, der neueste Schrei aus dem Hause Müller. Komm. Ein Glanzstückchen. Ich mach hinten hier noch 11 und du gibst hier 150. Ist das nicht dein Ernst? Wieso das nicht? Das Ding ist keine 10 Euro wert. Ach, hör auf. Scheiße. Geh auf rein. Ja. Du bezahlst ja quasi die Diebstahlversicherung. Ja, ich glaub's auch mal. Das stimmt eigentlich. Es ist aber so. Es gibt viele Leute. Moin. Es gibt viele Leute, die das überhaupt nicht machen. Ja klar. Alle die alten Dinger. Letztqualität. Ja, logisch. Ja, 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 ja. Sagt er. So, die Nachbarin gibt 10 Euro. Nehmen das mal jetzt als Gebot an. Das ist mir zu wenig. Ich hab ja aufgepumpt immerhin. Du musst schon mindestens 20 ist jetzt wert. Gerade. Aber wie gesagt, ich hab aufgepumpt gerade. Tack. Arbeitzeit kostet. Aufpumpen kostet 10 Euro. Natürlich nicht. Aber ich sehe die Qualität in diesem Rad, die da drin steckt. Und ich denke, das ist eine sehr gute Qualität. Über den Zustand müssen wir jetzt noch ein bisschen fachsimpeln gleich. Schauen wir uns gleich mal die an. Gemeinsam. So, liebe Leute. Bestandsaufnahme von dem Veladique. Original Veladique Rad. Also. Als erstes mal danke dafür. Danke fürs Geschenk. Geschenk nämlich sowas sehr gerne, weil es ist einfach Qualität. Man muss es einfach sagen. Egal welcher Zustand das jetzt hier ist. Wie das jetzt hier aussieht. Es ist nicht mehr schön im Zustand. Alles gut. Also. Das kriegt man alles wieder hin. Der Rahmen ist schön durch patiniert. 5 Jahre draußen. Und das ist ein Minimum 5 Jahre. Stand da draußen. Fast schon Bronzen. Das war wohl mal schwarz mit Linierung. Und das ist alles durch den Rost so ein bisschen bräunlich geworden. Aber es ist wirklich nett anzusehen. So. Red Look. Genau. Dieses wunderschöne Schild hier. Veladique Bielefeld. Brackwede. E und P. Veladique. Wer die Firma kennt. Wer aus Brackwede kommt. Kann ja mal was schreiben. Hinten der Reifen den hat die Koffie pumpt. Der ist platt. Also der wird schon mal ausgebaut. Ansonsten läuft das Interakt sehr gut. Der Vorderrad muss gemacht werden. Das läuft schwer. Schaut mal hier. Das bremst. Also da ist in der Nabel irgendwas komisch. Läuft aber nicht rau oder so. Läuft einfach nur schwer. Bisschen Fett in die Nabel. Oder so. Mal gucken. Wie denn läuft. Und hier will ich alles abbauen. Was irgendwie nicht zeitgemäß ist. Sprich das Licht hier. Was hier dran ist. Ist nicht zeitgemäß. Kommt ab. Ist halt einfach nicht aus der Zeit aus der das Rad ist. Deswegen muss es weichen. Ich baue erstmal alles auseinander. Und habe somit das nächste Projekt gestartet. Schon wieder. Ist ja unglaublich. Da hab ich mir immer auf Halse. Aber das wäre echt oft günstig jetzt. Ganz günstig irgendwie machen. Am Ende braucht man ja in Berlin eben genau solche Räder. Die Räder die optisch scheiße aussehen. Aber technisch ganz gut laufen. Genau so was braucht man in Berlin. Und im Grunde genommen wird jetzt hier nur der Service bezahlt. Also das hat wie gesagt ein Geschenk bekommen. Dennoch wenn ich hier anderthalb zwei Stunden mit verbrutzel. Sind es einfach mal 80 Euro. Minimum. Die zu zahlen sind dafür. Ist halt so. Licht ab. Sinnvoll ist es Licht zu haben. Auf alle Fälle. Arbeit funktioniert eh nicht. Das Licht. Deswegen kommt es erstmal ab. Und wenn man dann ein funktionierendes Licht haben möchte. Kann man das natürlich auch haben. Ist ja auch kein Problem. Dann bauen wir eben ein funktionierendes Licht wieder an. Licht ist alles. Sowas ist dann optional. Schlauch muss gewechselt werden. Der kommt jetzt aus. Ich glaube diesen Block den mache ich tatsächlich rund um dieses Fahrrad. Jetzt ist es ja nicht so groß durch den ganzen Tag leben. Sondern es wird jetzt tatsächlich mehr fahrradbezogenes. Fahrradbezogener Block. Ja nicht so um die alltäglichen Reparaturen. Weil ich meine was soll sein. Heute kommen wieder fünf Ketten oder so. Die irgendwie zu flicken. Zusammen zu nieten sind. Oder etc. Ist ja jetzt nicht mein Ding. Irgendwann ist das Thema Kette ja auch mal durch. Verschlissene Kette. Zu lange Kette. Zu kurze Kette. Keine Spangen auf der Kette. Kette, Kette, Kette. Haben wir durch. Jetzt haben wir hier eine rostige Kette noch. Das einzige Kettenthema wird wir halt noch machen müssen. Da ist er. Die sind ein bisschen steif. Die müssen wir ein bisschen animieren. Mit. Dennis guckt sich heute mit seinem Vater an. Ich habe ja keine Zeit. Ich muss hier sein. Ansonsten würde ich natürlich mitfahren. Und würde es euch gerne auch zeigen. Aber ihr werdet das noch früh genug sehen. Denn der Firmenwagen. Der erste Firmenwagen den wir haben werden. In unserer Firma. Der erste Firmenwagen. Gemeinsamer Firmenwagen. Schön. Ich freue mich. So andere Wege. Neue Wege halt. So andere Wege. Neue Wege halt. Neuer Schlauch rein. Neuer Schlauch rein. Neuer Schlauch rein. Neue Wege. Neue Wege. wundervoll jetzt kommt das alte ding hier wieder Ketter wird gespannt alles festzieht so das ist ja eine geile Qualität macht richtig Spaß an diesen alten Rädern zu schrauben ja ja 2. 3. 4. 5. 5. 6. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 12. 13. 15. 15. 30. 15. 31. 32. 31. der wird auf reserve gelegt weil er funktioniert noch also er läuft leicht und so das sollte in und ist laut die welle ist nicht mehr so na denn ist ja eigentlich nicht mehr machen trotzdem mal hin das problem ist dann wenn er läuft ab gewissen umdrehungszahl fängt er an zu schwingen und ist furchtbar laut also kannst du das eigentlich vergessen ist wirklich wirklich abkommt halt das ok super und die glocke was für ein klang also furchtbare glocke hier mit diesem furchtbaren klang muss ich auch erst mal die bremse ist mit sicherheit nicht original also kann mir nicht vorstellen und wenn es so billig furchtbar billige billige ding muss man hier dazwischen gehen da wird eigentlich was dazwischen das vernünftig ziehen kann das hier muss zugebogen werden wieder fühlt sich ganz anders an aber hier muss eigentlich was dazwischen das ist so bleibt na gut wie immer schauen wir hier laufrad jetzt laufrad lauf hat das nächste was ich ausbauer aha hier ist noch eine schraube locker da ist noch eine schraube locker da war gucken ob alle tippen hier da traut mich nicht vom hocker ja das passt perfekt ja liebe leute schauen wir uns mal das lager hier an warum läuft dann nicht so schwer beziehungsweise gar nicht das ist ja wirklich also es ist furchtbar gebremst da hat muss auf das ist definitiv auf da gibt es nicht zu wollen das muss auf da kommt ja schon pulver raus das hier ist alles nicht gebraucht also stand nur wahrscheinlich ist es hoffentlich noch nicht ausgeglüht einfach nur versifft oder vertrocknet oder ausgewaschen und ich sehe den glanz glanz ist gut und richtig klebrige teiltet fett also alles richtig gemacht alles gut die lauter sind aha halt halt hier drüber ist rost ach mensch das ist die wetterseite schön ok der die ich der der ich Vielen Dank. Gute Seite, schlechte Seite. Einmaliges Beispiel, wie Kugeln aussehen können. Mit Fett, ohne Fett. Das Einzige, was gut ist, dass es nicht gelaufen ist. Dann wollen wir mal wieder herstellen, hier das Laufrad. Ja, und die ganze Arbeit, das muss eben bezahlt sein, das ist eben das, was am Ende kostet. Da sieht das Rad noch lange nicht schön aus. Hier, du hast überall den ganzen Rost dran und so, aber trotzdem muss die Arbeit ja bezahlt werden. Also die Arbeit, die ich jetzt hier drin stecke, muss einfach bezahlt sein. Ganz simpel. Deswegen kostet so ein Rad eben auch Geld. So ein Schrottrad, ja, so ein Schrottrad kostet auch Geld. Jetzt nochmal. Oder etwa nicht? Sehe ich das falsch? Sehe ich das falsch, dann muss ich leider den Job an den Nagel hängen, sozusagen. Jetzt hebe ich hier diese Abdeckkappe raus. Oh Gott, das. Man das nochmal hinkriegt. Bitte, bitte, bitte. Ne, ist die alte Dichtung. Oh, ich dachte schon, ich bin fett gesottet. Dichtung. Dichtung, Dichtungsring. Ich dachte schon, es ist ja alles voll mit Rost. Es sah so aus, so rostig. Aber es ist die Dichtung. Ich wusste ja nicht mehr, dass die noch da ist. Ich habe ja gedacht, die hat sich schon lange zersetzt. Ja gut, aber die kommt wieder hin. Die kommt wieder hin, die kommt wieder ruf. Dann kommt das wieder zu, aber erstmal müssen wir die polieren, natürlich irgendwie, oder sauber kriegen. Ich probiere es mal mit Stahlwolle. Ja, schön ist es. Gucken wir uns mal die andere Seite an. Ich sitze nicht, wo ich hingehen sollte. Ach, der nicht. Ich habe meine Frage. Meine Pedale hat sich gerade gelockert. Ich bräuchte nur kurz einen Schlüssel, wenn ich mit, wenn das geht. Ich habe das da oben stehen. Ich habe das eigentlich festgezogen. Vorhin ist es schon wieder... Die Pedale selbst. Also das hier. Das hier kann man noch drehen. Weiß ich nicht. Und die Pedale, die macht so Wirbel. Was brauchst du für einen Schlüssel? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Was ist das für so ein 80er-Morgenbike? Das war... Na, so ein Nussschlüssel oder was? Das ist so ein Schlüssel mit so einer dünnen Außen... Der ist ganz dünn. Ja, so ein Nussschlüssel ist das ja. Der liegt auf dem Tablet. Ist das Ihr Fahrrad? Das ist ja cool. Das ist zur Reparatur. Sind das die mit dieser eingebauten Diebstahlsicherung? Das sind die neuen dann davon. Also das alte Modell. Schauen wir mal. Jetzt muss ich erst mal den Ring hier wieder gerade biegen. Hammer. Das passt hier wieder vor. Dichtet ja von innen ab. So, jetzt machen wir ein bisschen Fett hier rin. Jetzt muss ich die Momeln hier rin machen. Da. Drei. Vier. Fünf. Zehn. Jetzt kommt die Achse rein. Zack. Und die Fett. Fett muss rein. Fett muss rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, zehn. So, jetzt wird eingestellt. So, jetzt wird's. Na, wenn ich das wollte, aber auf alle Fälle anders. Jetzt wird der Sattel, die Sattelreste werden hier entfernt, diese Bezugseiste. Kette, die Fett. Oh, kommt der Rost runter. So, bitte. So. 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 ja ich hätte schon so ein bisschen sauber gemacht so ein bisschen nur nur so ein bisschen jetzt was da unten oder schrauberin klappert nichts ist schlimmer als wenn es fahrrad die ganze zeit permanent klappert fertig der draht ist fertig schon 16 fertig probefahrt bestanden der draht fährt wunderbar also fährt wirklich gut das ist antrieb muss man überprüfen ihr seid verklebt und verschmiert ich wünsche besser ja also das a und o ist ihr müsst den antrieb überprüfen wie müsst ihr auch komplett machen denn ja also sprich zahnkranz hinten vorne also tritt lager kette ob alles fest sitzt leicht läuft die lager von den namen und dann ist alles gut vorderrad ja lenkkopflager läuft es gut hat es ja wunderbar ist ja dauernd umgeschlagen hier bremse zug muss leicht laufen und dann ist schon alles geritzt und natürlich luft muss auf der reifen und dann rollt so ein rad ja auch mehr brauche der nicht hat eine rücktrittbremse die muss noch funktionieren die vorderrad bremse die stempelbremse funktioniert bedingt der bauart gut eigentlich finde ich so ja und das ding ist gut das fährt gut und jetzt sieht ja nicht so scheiße aus also mit diesem weit ja so ein gesamtkonzept ist mit dem mit dem mit der patina und da ist nicht verändert es ist nicht dass nur ein teil total mies aussieht sondern sehen alle gleich scheiße auch gegen grund und solide technik funktioniert fähig verkaufen ganz simpel oder als kitzgurke ist mir auch real ist mir lieber als das rote rad was irgendwie der rahmen noch so okay ist vom lack her aber der rest so mega rottig irgendwie und das hinterrat neu schon wieder das ist sowieso ein wolpertinger nicht gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut wie das standard temperaturen bremsbelag tauschen und licht reparieren hier bei dem rad licht funktioniert nicht hinten ist es kaputt könnte man ja mal überprüfen die schicken wir mal durch wunderbar lampe hinten funktioniert was soll denn bitte benutzt das licht doch wenn es funktioniert dann machen wir wieder jeden hier wir haben ja keine abdeckkappe mehr dafür was schläuche nimm dir nimm dir schlauch man ist da schlauch man hat abgeholt seine schläuche wieder so zumal den hier rot und läuft funktioniert kosten euro mehr betritt er wohl zahlen licht funktioniert was soll denn bitte muss man nur festschrauben man was ist denn los mit den röden ey wundervoll eine defekte speicher wird neu eingebaut und zentriert dann kommt der kollege runter dem getracht gehört und baut gleich noch einen neuen mäntel an das macht er alleine also gut okay für mich ich muss nur halt ausbauen und dann ja haut er ist quasi wieder ein hochgut laufrad läuft wieder gerade nun will er ja kommen den rest machen schade hätte ich mir so schnell gemacht aber kostet gilt und lasse ich sparen uah da werdet weg jetzt muss ich warten vertrekner jetzt mal abschrauben scheiße was ist denn das ein kubelabzieher aus dem kashhandel das ist mir zu unsicher hier das wackelt zu sehr das wackelt ne fahr mal in der kleine ui zwischen ruhig ich wollte doch eigentlich noch die Kinder abholen das ist doch schon mal eh das ist nicht ein bisschen zu fröhlich die fahrt gehungen um hier das bronze sieht gut aus sudanenhaft oder so wie hugo sowas habe ich schon das schlägt man zu schnell durch kabel erstmal neu machen wir erstmal alle sortieren also hier funktioniert das licht nicht bei dem rad wieder vorne noch hinten und dort werden wir jetzt mal schauen jetzt funktioniert nämlich schon nämlich den fehler gefunden und zwar war der fehler folgen dann fällt da nicht darum aber es ist halt so die erdung das war irgendwie doppelt die erde weil der zug hier kaputt ist hat sich einer ein draht von dem ding hat sich hier durch dieses kabel gebohrt da rein und dadurch war die ganze lichtanlage außer betrieb so jetzt funktioniert hier hinten alles ich werde trotzdem nochmal den zug neu verlegen einfach äh den kabel neu verlegen ja hat das fertig war und äh nicht los ja 17 euro sind es bis jetzt bei dir ich hoffe das kannst du verkraften noch größer jetzt hör auf was vorliegen jetzt jetzt haben wir jetzt ein unvollständiges Werkzeug äh skipp dir gleich unvollständig dein Mutter ist unvollständig so was na hallo ist jetzt da hinten ja nix ja wie ja nix was hast du denn gemacht naja offensichtlich habe ich es irgendwo verklemmt und dann habe ich es auf die punkte dann sieht aber auch komisch aus wie du das gemacht hast das liegt so auf der felge drauf der schlaufe umnendet der schlauch gehört in den reifen rein nicht auf die felge rauf joo ist der tag schon um eigentlich 20 24 ich pack ein ja 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 das ist noch nix immer wieder schön der Prokis bei der Arbeit zuzusehen so liebe Leute ich hoffe euch hat es heute gefallen der Aufbau mit diesem wunderschönen alten rostigen Rad muss alle sagen egal das ist doch nicht schmeiß weg oder auch immer gute Qualität bleibt bestehen erhalten ist was erhaltenswert ist gut erhalten und was nicht mehr erhaltenswert ist wird manchmal auch wieder beliebt so ist es Rohstoffe oder Ressourcen schonend sozusagen gut wir gucken mal wie es weitergeht was der morgige tag bringt mal gucken was Dennis sagt ob er sich das Auto heute angucken war das wäre auch mal toll in Erfahrung zu bringen und ich würde sagen wir sehen uns morgen wieder dem nächsten Teil aus Tommys wunderbarer wundersamer Fahrradwelt bis dann machte tut tschau